Was geht ab meine lieben Bozo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge League of Legends. Wir zocken hier eine Runde Ranked und ich finde den Skin von Riven richtig geil. Da hat sie sich den ergattert hier. Wirklich geiler Skin, auf jeden Fall zocken wir hier Xerath in der Mitte. Das hat ja so viel Spaß gemacht hier beim Normalgehen, deswegen dachte ich mir, okay, pass auf, machst auch mal hier Ranked, probierst du halt mal aus. Das gegnerische Team ist natürlich richtig Hardcore, das werde ich jetzt gleich sehen. Das ist hier Gragas Mitte, Nasus Top, Amumu Jungle, Taric Bot. Das sind vier dicke Tanks, die wirklich schwer zu kriegen sind. Ash auf jeden Fall hier noch auf der Bot Lane. Wir haben hier Ezreal und Lulu auf der Bot, Ramos im Jungle, Riven auf der Top und ich als Xerath. Hier in der Mitte. So, ich habe jetzt auf Deutsch gefragt, weil er hier Der Gebieter heißt. Da gehe ich mal davon aus, dass er hier Deutsch kann. So. Verdammt. 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 Jetzt fängt er schon mal scheiße an. So, jetzt hat er Level 2. Ich auch. So, da war wieder Kombo. Verdammt. Oh 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 Jetzt muss ich aufpassen Also es läuft mit dem Farm schon mal Sehr schlecht Go Nein Den letzten den hätte ich machen dürfen Dann hätte ich hier richtig dickes Gold So okay Hauptsache wir haben erstes Blut So wie schaut es aus mit unserem Dicken hier in der Mitte So wo ist er hin Da ist er Verdammt Freunde So Warden gegen Freunde was macht ihr jetzt da Nein Ich werde hier in der Zeit So ulti ready? Jetzt hatte ich ein bisschen Oh okay Amo muss also Auf der Top Lane Das Gute ist halt immer wenn Gragas hier trinkt Dann kann ich ihn gut hitten Beziehungsweise ein Kombo austeilen Also darauf muss ich hier profitieren Farmtechnisch ja okay Sind wir noch voraus Das ist schon mal gut Verdammt Jetzt rüber Ho 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 Da wollten sie mich hier Mies ganken Dankeschön Komm den mittleren Farm holen wir uns noch Das ist schon mal So Einmal zack Zack Das ist wichtig Das Item ist wichtig Die Wut sind wichtig So und der war hier noch nicht back Das ist interessant Der wird eine Menge Gold haben So ist das Freunde So soll ich mal auf die Bot lane Ah Der S geht zurück Okay der ist ziemlich low Wir können da nichts machen eigentlich Okay Haben uns gesehen Das heißt wir gehen back Ich folge dem Pfarrer Ich folge dem Pfarrer Dankeschön Schön 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 Oh Freunde Bitte bitte nicht den Amomo-Phil Ach verdammt 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 So und jetzt Ulti no Das kann doch nicht wahr sein ey Das kann doch nicht wahr sein Es kann doch nicht wahr sein Freunde ihr habt es gesehen Weil wir hier Ey Es ist Weil wir kein Mana hatten Ist er uns entkommen So back Zack Alter wenn ich solche Aussagen lese Könne ich kotzen echt Alter ey Was soll die Scheiße Was soll die Scheiße Was soll die Scheiße Verdammt 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 Ja komm Ja komm Go Ich warte noch meine Ulti Ah Lulu Ja dann ist klar Freunde ne Ich meine Kragas Okay Amomo hat auch 3-0 Okay Bei denen hat es Ja nur noch Sattenkill Okay Ist eigentlich auch ganz gut Alter was soll die Scheiße Konzentration ey Ganz ehrlich So ohne Blubass So ohne Blubass Wir natürlich hier Freunde bitte die Ash fokussen So go 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 Hey man Toll ich bin down Oh man Oh man Oh man Warum Ich verstehe es nicht Ich verstehe es nicht, Freunde Da fängt es schon wieder an Im Ranked Da fängt es schon wieder an Dieses Rumgelangweile Ich meine, wer fokussend Tarot, bitte Freunde, Freunde Hier reinschalten Hier Ich meine, wer fokussend Ich meine, wer fokussend Ich meine, wer fokussend So, jetzt darf keiner draufgehen Kein einziger Schön Ich würde Doch So, drauf Der hat sehr wenig Mana Geht doch Auch wenn wir jetzt da noch Fast gar keinen Kill haben Außer eine So, go Go Schön That's it, Freunde, that's it Ah, verdammt, ohne zu rennen Der hat Ulti, der hat Ulti, der hat Ulti Boah, schön gedodged Ah Weg da Verdammt, verdammt, verdammt Schön Geht doch, Freunde Schön Ich komm bitte, ich komm bitte Ah, verdammt Alter Freunde, bitte Haha Kannst dir Abschminken, ey, ganz ehrlich Weißt du, glaube ich, nicht, gegen was du kämpfst So, zack Und ich würde mir sagen, Sonjas Ein What Warum 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 Boah, schön Schön, 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 schön Ganz einfach, Freunde Boom Boom That's it That's it Oh, nee Dragon Dragon 3, Freunde Go Go Schön Woha, komm die Astralmonster Wir sind gesplittet, Freunde Wir sind gesplittet Wir sind gesplittet Woha, verdammt Schön Go, Freunde, go Hilft mir Ah, verdammt Verdammt Und dann kommt's hier und schnappt sich hier noch die Letzten Brocken Ja, okay, wir hauen jetzt noch nicht so krassen Schaden raus, aber das ist normal, wir brauchen halt Rabarons, das ist einfach so 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 Komm, Freunde, komm Und Freunde, ich bin noch ein bisschen weh ruhiger, ich weiß Ich sag auch das Wort, Freunde, 80.000 Mal Aber Ich bin natürlich ein bisschen ruhiger, ich meine, ich muss mich hier richtig konzentrieren Das Spiel nimmt mir hier alle Nerven Hoho, hoho Oh, verdammt Das war richtig knapp Nein, wo ist Taric? Go, go, go Sehr schön Sehr schön Sehr schön Wuhu Good job Freunde, Botte und Top Tower, die sind hier noch alle ab, was soll denn das? Wie viel? Wie viel? Oh, sehr low Okay Nein Das ist dann wieder zu viel des Guten, das ist zu viel des Guten Es ist okay, es ist okay, wenn einer tot ist Der Team hat einen Turm zerstört Boah, wir drücken der Asch richtig dicken Damage Go Go Schön 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 Ja, das gibt's nicht Schön, komm den Nasus holen wir uns auch noch Ach, verdammt Der kommt da immer durch Glück Mike Ah, da ist er, okay Nein Schön Warte mal, warte mal, warte mal Die restlichen 200 Gold, die können wir doch noch machen Ich muss da nicht aufpassen, dass ich nicht gegankt werde Was ich hier jetzt so oft werde Nein Okay, die machen Drang, das heißt ich kann weg Go Sehr schön That's it, Freunde, that's it So, zu viel Freunde Nicht zu viel wollen Nein Oh Gott, wie ich fail, das gibt's doch nicht So, ich geh mal schnell weg So Oh mein Gott Rüber, 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 rüber Ey, das gibt's nicht Das gibt's einfach nicht Das gibt's einfach nicht Das gibt's nicht Das ist das, äh Das gibt's nicht Das geht's Das ist doch ganz eindeutig, Freunde, ganz eindeutig. Die Damage Maker müssen down. Schau dich Kragas an ey, den könnte man so down holen, allein wieviel Ezreal hier abzockt. Oh, oh, oh. Nein. Ja, konnte ich nicht mehr glauben, was soll ich da machen? Oh, man. Oh, man. Oh, man. So, ich denke, ich baue mal jetzt auf das Item. Alter. Alter. Ich stehe über den Belangen, der starb nicht. Warum geh ich da überhaupt drauf? Ich stehe an der Schwestern. Ich stehe an der Schwestern. Hä, ja, ich stehe an der Schwestern. Ich stehe an der Schwestern. Ich stehe an der Schwestern. raus schön weg 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 ich bin da hab zwar noch ein killer bekommen aber nein musst du aufgeben oh mein gott freunde wen fokust ihr da ach komm man wir haben noch so ein starkes team eigentlich aber die haben es ist einfach so keine ahnung das finde ich ein bisschen bullshit eigentlich nassos ist da zu spät ich finde es ein bisschen scheiße oder komisch weiß nicht weiß nicht wenn man die zeit in london sowie die gegner jetzt auf vier tanks haben dann kann man die kaum besiegen also ich finde dass das die dann als tank trotzdem noch zu viel schaden an durchgreifer weiß nicht ob wir das genauso sind freunde aber ich meine schaut euch mein damage an ich verursache so wenig schaden schaut euch den damage von riven an die verursacht auch so wenig weg du hast den teleport oder was ich werde hier enden sein sein so jetzt los 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 Und Dragon ist weg. Wir brauchen jetzt echt ein bisschen Glück. Also wir müssen den richtigen Moment treffen. Da kommt jetzt nicht mehr hinter, oder? Ich glaube auch, dass die Baron machen. Ich komme. Das ist zu viel Damage. Das ist zu viel Damage. Was soll ich da machen? Kann man nichts machen, Freunde. Die haben einfach zu krasse Tanks drin und ja, entweder knockt man die dann im Early-Game schon aus oder man hat verloren. Das ist einfach so. GG well played, würde ich sagen, trotzdem. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Gegner haben halt einfach besser gelöst durch die Tanks und kann man nichts machen. GG well played und wir sehen uns beim nächsten Mal, Freunde. Euer Embo. Peace.